JAU! Hallo! JAU! Ja da sind wir wieder mit Minecraft. Allerdings jetzt wieder ab Part 1 wie man wohl sieht und da ist der Mitchell. Hier. Ich komm von oben runter. Ja vielleicht zeigen wir erstmal ganz kurz... oh. Wir haben noch Game-Ord drin. Nee ich nicht mehr. Ich wollte nur kurz zeigen und zwar der Tite. Also der TT-Gamer. Der TT-Gamer bitte. Der wollte hier so bauen. Irgendwo so in die Lava rein damit der hier immer wenn der Home macht dann direkt stehen. Genau. Das ist voll gut. Das freut uns besonders. Der Sepp will dann irgendwo hier bauen. Keine Ahnung. Ja, irgendwie was Kleines. Hinter dem Berg, ne, da ist alles so alles flach und so und da baue ich irgendwann noch Dorf hin. Ja. Was hinter dem Berg? Achso, haben wir eigentlich irgendwo ein Dorf? Boah, alter guck mal, wir brauchen kein Dorf. Der Sepp macht ein eigenes. Ja eben, ich baue ein eigenes. Also falls da nach ein paar Tagen keine eingezogen sind, dann balle ich da einfach zwei Villager Eier hin. Ich weiß, ich hab die ganzen Waypoints neu hier drin. Oh, ich hab meine Musik vergessen. Ich bin scheiße. So, jetzt. Ja, hier ist direkt ein Dschungel. So, und da hinten baue ich. Ja, da wo die Kühe sind, da wo gar nichts ist, da baut der Mitchell, da gehör er dahinten. Was? Ich weiß noch nicht genau, ob ich jetzt hier reinbaue oder oben drauf. Ja, so, ich muss ich ja alles wegbauen. Also, Moment mal, wir können doch offiziell, hast du angefangen jetzt, ne? Ja, ab in den Dschungel, ich muss mir das Holz sichern. Ja, ich bin hier gerade dabei. Sag mal einfach, was? Wo ist denn der Titel? Aber wir haben den, äh, Timber-Mod drauf oder sowas. Das heißt, wenn ich das jetzt hier mache? Ne, 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 der, der Timber-Mod, der ist ein bisschen buggy hier. Toll. Auf dem Server. Also, bei, bei, Dings, bei so, ähm, Dschungelbäumen macht er immer nur einen Strang. Heißt, du musst viermal abbauen. Ja, und hier an dem normalen Baum macht er gar nichts, oder was? Ja, du brauchst auf jeden Fall, du brauchst auf jeden Fall eine Akte. Ja, sonst geht das nicht. Ach so. Boah. Sag mir das doch mal noch später. Ich werde jetzt erstmal den Dschungel hier vergewaltigen. Ach, weißt du was? Ich hab die ganzen Sounds gar nicht an. Die Sounds? Ja, stimmt. Musik. Musik so auf, 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 sechs, acht. Acht Prozent ist gut. Und den Sound ein bisschen lauter. Sag mal so. 15? Ich weiß gar nicht, ob man bei mir überhaupt einen Sound hört. Ich hab das nicht geprüft, Leute. Ist auch, braucht man nicht. Boah, ist das blinder, das Geräusch. Also, Leute, irgendwelche wichtigen Sachen, ne, die euch interessieren könnten, so von wegen, äh, was für Mods wir haben. Warte mal. Gut, man kann mit der... Ey, warum kann man mit der Holzhacke nicht abbauen? Äh, weil da wollt eine drauf. Ja. Was? Ganz genau. Ja, das braucht man irgendwie wegen, äh, dem TP-Gelöhnsteus und so was. Das heißt, ich muss jetzt erst mit der Hand Stein abbauen? Nein, bau dir da, äh, bau dir da Holz ab, dann baust du dir ne Workbench, dann baust du dir ne, ne, äh, Spitzhacke aus Holz. Und dann? Ne? Ja. Einfach machen. Ja. Einfach machen, blödmann. Ja. Also, wir werden jetzt eigentlich hauptsächlich getrennt voneinander zocken. Zwar zocken wir zusammen, aber halt so ein bisschen mehr auf getrennte Wege, sag ich mal, und, äh, ja, jeder braucht so sein eigenes Reich auf. Ja. Mein Reich. Ab und zu werden wir schon mal zusammen irgendwas machen, das ist klar. Also, ich weiß nicht, wie war das mit Caves machen? Mein Reich steht unter dem Motto. Ich, ich sag, wir machen es einfach so, wie wir es früher auch gemacht haben. Einfach zocken. Ja, einfach zocken. Einfach zocken, Sepp. Ich glaub, ich muss mal ein bisschen rüber. Boah, Alter. Der Timbermott, ne? Ja, ich hätt den jetzt auch gerne mal gesehen. Was da alles runtergerichtet kommt, dann ist ja mehr normal. Ja, gut. Ja, ich bin ja auch halt im Urwald. Ich brauch mir jetzt erstmal. Ein Holz ist zwar ein bisschen hässlich, aber... Boah, bin ich scheiße dumm, Alter. Boah, bin ich scheiße dumm. Ich mach mir zwei Steinhacken, aber keine Axt. So wie immer und so wie das ja eigentlich auch üblich ist, hätte man sich ja eigentlich denken können, aber manche Menschen können halt nicht so gut denken. Ey, jetzt hast du welche diskriminiert. Finde ich nicht in Ordnung. Ja, das finde ich gut. Ja, doch. Es stehen Sachen wie Texturpack und hast du nicht gesehen, alles in der Videobeschreibung. Aber... Einfach mal die Augen auf. Das sind wir beim Titel nicht. Bei mir steht das nicht drin, dann müsst ihr runter scrollen. Ja, dann müsst ihr denken. Dann müsst ihr erraten. Dann können einer wetten das und können Texture Packs von Minecraft erraten und beim... beim Markus Lanz. Wow! Also, also ich glaube, ich hab jetzt erstmal genug Holz. Ich hab nämlich jetzt ein paar Stacks. Ja, ich hab gerade den Timber Mod entdeckt. Ich hab dir noch nie eingesetzt. Wow! Ich bin noch ein bisschen langsamer. Ich bin hier gerade noch am Stein sammeln. Ich hab jetzt gleich erstmal Schaufel, Bitzhacke und alles aus Stein. Mitchell sammelt erstmal. Ich mach mir ein Schwert. Ja, Mitchell, dann muss ich beeilen. Der Dschungel ist gleich leer. Ein Schwert. Der Dschungel ist gleich weg. Ich räum da nämlich gerade ordentlich auf. Boko! Dankeschön! Ey, Sepp, das ist aber nicht schlimm, wenn unten noch die Stämme sind, weil ich keinen Bock hab, die in den Wurzeln abzubauen. Kommt ja gar nicht viel Holz runter. Ja, ist mir eigentlich egal. Boah, wie soll ich denn jetzt hier am besten anfangen zu bauen? Boah, ich weiß auch noch nicht, was ich wirklich baue, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nur, dass der Berg gut ist. Ich brauch jetzt erstmal irgendwie ein bisschen Kohle. Das Bienen hat, ey. Da oben steht da noch die Hälfte von einem scheiß Baum. Weißt du, ich hab voll die epische Musik im Hintergrund und das passt gar nicht zu dem, was ich hier gerade mache. Aber das ist voll egal. Ich hab gar keine Musik im Hintergrund. Das passt auch nicht zu dem, was ich hier gerade mache. Ich hab gerade wieder das vor der Musik am Laufen. Meine Sounds sind glaube ich in Ordnung. Leute, wenn die Sounds nicht so hörbar sind, ach komm, dann hört er das halt nicht. Dann hört er das halt nicht. Ist auch nicht ganz so schlimm. Ja doch, eigentlich schon. Du müsstest ein bisschen bienert hier, ne? Ich hab jetzt Kreisdecks Holz hier oder was? Wo ist denn das alles hingefallen? Mach das einfach lauter. Kohle, ich hab Kohle. Egal, wenn meins scheiße ist, guckt er beim Sepp oder beim Mitchell? Wenn dein scheiße ist, guckt er alle beim Mitchell. Der abonniert den Sepp. Nur weil Titus scheiße ist. Aber da Mitchus von vornherein scheiße ist, könnte er da schon mal bei mir gucken, bevor er dann beim... beim... Was könnte er auch machen? Eisendreck. Ich weiß nicht, wo mein Berg ist. Gut, ne? Aua. Machen wir jetzt vier Fackeln, das reicht erst mal für den ganzen Tag. Ey, wo ist mein Berg? Da. In der Haus. Ich finde das ja nicht in Ordnung von dir. Was? Ja, weiß ich auch nicht, was genau, aber... Irgendwas findest du nicht in Ordnung? Ja, irgendwas, das liegt mir am Herzen. Liegt dir am Herzen? Das liegt mir auf dem Herzen. Warum komme ich in die hier nicht hoch? Weißt du ja nicht, was ich jetzt hier gerade mache, ne? Ach, ich hab Licht gefunden. Du hast Licht gefunden? Ja. Kohle? Du hast Licht gefunden. So, weil ich guck mal, da oben ist Licht. Oh, guck mal, Sonne, oh. Also, ich wollte eigentlich nicht direkt am Anfang sterben, das wäre ein bisschen fail. Oh, Lava. und ich fall direkt hier runter, ey. Mitchell, du bist schlecht. Ich bin noch viel schlechter. Stimmt, man kriegt ja durchs Abbauen von Kohle. Ne, ne, du nicht. Ich bin leicht tot, wenn ich so weitermache. Was kriege ich nicht? Du kriegst keine EP. Toll, und warum nicht? Wer als erstes Mal stirbt, hat gewonnen. Ich krieg echt keine. Ja, doch. Ja, dann kriegst du nur, du kriegst nur EP von, äh, von, äh, abbaubaren Dingern, die du nicht hinterher noch brennen musst. Also, zum Beispiel von Eisen oder, oder Gold oder so, kriegst du keine. Ja, ich weiß, aber von Kohle. Ja, von Kohle. Und da hab ich ja gerade abgebaut und es sah so aus, erst als hätte ich nichts bekommen und dann hab ich die Erleuchtung bekommen. Ja, ich glaub, du kriegst nicht immer was. Ja, das sah nämlich so aus. Aber ja, ich hab, ich hab jetzt ein bisschen was und jetzt kann ich hackeln machen. Hackeln? Hackeln. Ich kann hackeln. Der Tüte bohrt hackeln. Ich baue hackeln. Also, das ist so ein kleines, äh, also ich weiß ja nicht, ob ihr ja früher das Let's Play so ein bisschen verfolgt habt vom T-T-Gamer. Vom T-T-Gamer, ja. Ähm, aber der, der T-T-Gamer, der T-T-Gamer, der T-T-Gamer war ja immer so derjenige, der hat für nötig gehalten, das nie Fackeln zu bauen. Ähm, der hatte dann immer so eine Doppelkiste voll. Der hatte immer alles, der hatte immer acht Stacks Brot und hast du nicht gesehen? Von jeder Fleischsort, also drei Stacks. Das kann man so nicht sagen, ja? Doch, kann man. Ich hab ökologisch gearbeitet. Mhm. Ja? Nur weil ihr die nie hingesetzt habt, heißt das nicht, dass ich keine gemacht hab. Ähm, man ist immer irgendwo hingegangen und man wusste schon, wenn da keine Fackeln sind, da war der Tüte da schon. Das heißt nicht? Das ist so, bei uns war das immer so, wenn, wenn du irgendwo hingehst und da sind Fackeln, dann waren wir da schon und wenn da keine waren, war der Tüte da schon. Ja. Der T-T-Gamer, bitte. Naja, du bist für mich der Tüte da, hast du verloren. Jetzt mach ich nicht mehr mit. Tschüss. 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 Oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier bauen soll. Das ist voll wie. Ja, ich auch nicht. Das ist so unglaublich schön, was ich hier gebaut habe. Ich fang an, was zu bauen. Also von oben sah das irgendwie besser aus hier. Ich glaube, ich muss hier erstmal alles frei buddeln. Ey, hab ich ja richtig Bock drauf. Ich hab Gravel gefunden. Sauber. Ein Diamant, zehn Gravelblöcke, alles klar? Ja, läuft. Alles klar. Jetzt hab ich vergessen, was ich machen wollte. Warum hab ich hier jetzt die Bergwendensteine gemacht? Was haben wir hier? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mir erstmal Licht machen, ansonsten sehe ich nichts. Boah, hier ist doch ein Flusen an der Wand, ne? Bei mir. Ich hab mich voll erschrocken, weil er bewegt. Ich denke, das wäre irgendwie ein Viech oder so. Nein. Hä? Nein! Ich krieg Schaden, weil ich keinen Hunger mehr hab. Wollt, du hast keinen Hunger mehr? Nein! Ich krieg Schaden, weil ich keinen Hunger mehr hab. Was? Ich muss mich helfen und den Ofen bauen. Scheiße! Nein! Jetzt hab ich... Oh, egal. Nein! Ist das so egal? Ich hab meinen Ofen jetzt hier fertig gemacht. So, schön. Und jetzt wird's Nacht? Ist halt eigentlich das auf hart gestellt jetzt, ne? Ja. Bist du eigentlich gekloppt? Bist du bekloppt? Wir müssen uns ein bisschen übereilen, ne? Ich bin hier gerade so voll am chillen. Puh! Komm, ich bin gleich erstmal von da oben runter gesprungen, das weiß ich jetzt schon. Ey, oder soll ich auf den Berg hier drauf bauen und mich einfach nach unten bauen? Das ist auch gut eigentlich. Ne, ich brauche mich glaube ich in den Berg hier rein. Oha. Also an die Leute, die uns jetzt noch nicht so lange kennen oder jetzt gerade erst angefangen haben, uns kennenzulernen. Hallo, ich bin FTT. Wir haben schon sau viel Minecraft gezockt und noch aufgenommen und alles. Also bis jetzt habe ich glaube ich 400 Parts hochgeladen vom Multiplayer und Singleplayer habe ich aber irgendwie nur 50 oder so gemacht. Da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ja, du hast schon richtig gelitten was das angeht. Ja, okay, okay, das sage ich mit meinen 500, weißt du. Ich habe immer nur so mitgespielt. Ja, du hattest doch auch mal was mit dem Ruzzermoon. Ja, genau, ich habe mein bei uns jetzt halt so. Ich habe halt vorher mit dem Ruzzermoon, da könnt ihr auch mal reingucken, wenn ihr wollt. Shit. Together gemacht und das hat sich irgendwann erledigt, so. Na, da hat der Mitchell gesagt geh weg. Aua. So, pass mal auf. Du scheiß Creeper, Alter, geh weg. Ey, Sepp, weißt du, was ich für eine Technik habe? Fleischbraten. Ja, das habe ich mir auch schon so. Und ich habe so die Befürchtung, dass du die Monster ausgestellt hast, weil ich habe noch keins gesehen. Also, ich habe jetzt so Level 3. Ich habe schon ein paar getötet. Warum hast du schon ein Schwert? Weil ich mir das gemacht habe. Ja, ich auch. Ich habe mir da direkt ein Steinschwert gemacht und so. Gut, ich habe mir das noch nicht gemacht. Ich habe mir auch noch nicht mal eine Hütte gebaut. Ich habe gar nichts. Ja, ich buddel mich gerade einfach irgendwo hier rein. finde ich nicht in Ordnung, was du buddel. Doch, ich buddel mich gleich bei dir da irgendwo rein. Ja, das kannst du auch mal ganz vergessen. Da komme ich dann und mache dich weg. Ich bin da Maul halt. Ich habe ein Steinschwert gemacht. Ey, ich bekomme gleich mal irgendwie ein Standbild, Alter, wenn jetzt so ein Creeper kommt. Oh, ich bin, ich kann nicht mehr rennen. Nein, 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 nein. Dann geht der erste down. Na, du kannst nicht mal. Ey, wie unfreundlich, Sepp. Ich gehe nicht kaputt, ich gehe nicht kaputt, Alter. Ah, nein, 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 jetzt ist ja noch einer und noch einer. Ich habe drei Creeper im Arsch und ein Zombie. Hilfe. Wie gut, los, man tötet ihn. Ich muss mir jetzt erst mal eine Tür bauen oder zwei. So, ich habe noch mal ein bisschen Kohle gebaut. So, jetzt muss ich auch mal, jetzt muss ich mal überlegen. Das wird schwer, Titte. Jetzt muss ich mal überlegen, wenn das schon so anfängt. Ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Das ist ja sinnvoll hier. Oh, jawohl. Boah, erst mal was essen, Alter. Boah, das wird aber Zeit. Boah, das ist schon ganz schön hoch, alles. Ich bin erschlagen von der Größe, weißt du? Oh, sauber. Oh, lecker, Nomnom. Aber hier kann ich gut, ja, ich glaube, ich weiß, was ich daraus mache. Ja, das steht fest. Boah, so ohne Bogen ist das aber echt ganz schön mies. Boah, ey, ich hab noch, ach, wir brauchen ja eh keine Betten, du, Sepp ist ja der Meinung, man muss eh nicht pennen. Ja, braucht man auch nicht, das ist voll geil, ohne. Gut, stimmt. Das ist jetzt erst mal was. Wo ist denn das an Survival, wenn, wenn gar keine Monster spawnen, weil das immer Tag ist? Kann man auch fiesvoll zocken. Ja. So, Leute, wir machen uns jetzt unser erstes Heim. Ja, ich bin schon fertig. Und ich gehe erst recht nicht pennen, wenn das Dorf anfängt zu wachsen. Weil da muss ich die Leute beschützen, die da wohnen. Werden die ansonsten getötet? Ja, normal werden die getötet. Was? Ich hab schon, also, ich muss ja sagen, dass ich mich gar nicht, eigentlich gar nicht mehr mit Minecraft auskenne. Ich hab aufgehört, mich für die Neuerungen zu interessieren, als ich mit dem Enchanten kam. Ah, das ist auch ein bisschen wie natt gemacht. Ich weiß ja nicht, also normalerweise machen die meisten Natter so, dass die sich vorher irgendwie so ein bisschen was überlegen, wie sie so was bauen und so. Braucht aber mir gar nicht drauf zu warten. Bei mir aber auch nicht. Ich brauche immer einfach irgendwas. Man guck mal so. Wittert schon.